ja servus leute was geht willkommen zu diesem kleinen video hinter mir ist genau wie sonne aber ich glaub das müsste gehen mit der sicht ja ich chill hier grad ein bisschen mit meinem fahrrad kann ich ja mal zeigen ich hab ein ball auch dabei vielleicht ist jemand auf dem sportplatz geburtstagsfeier wollte man eigentlich ein video machen habe ich aber jetzt auch vergessen beziehungsweise hat auch keine lust so kann jetzt ein bisschen erzählen eigentlich nur ein bisschen als wir den bundesligaspieltag geschaut beziehungsweise das bayern spiel und ja jetzt hat leute ich weiß gerade nicht aber es hat auch abgebrochen naja wo war ich also ich habe am bundesligaspieltag beziehungsweise das bayern spiel nur geschaut und dann haben wir ein dartturnier gemacht wir waren sechs spieler erster wurde ich zweiter wurde mein partner onkel dritter florian der floh vierter wer war noch mal vier ach so der marlin fünfter war meine mutter hat mich selbst überrascht und sechster war sie malin hat auch malin und sie dann haben auch ein konto werde ich mal unten verlinken und mehr haben wir dann eigentlich auch nicht gemacht weil dann eh keine zeit mehr war alle wurden abgeholt und ja morgen wird die room tour auch kommen und mal schauen wegen den 50 abonnenten ich habe bis jetzt nur zwei fragen und das täte ich nicht lohnen wegen zwei fragen frage antwort video zu machen also bitte schreibt mir noch mal fragen wie gesagt über facebook instagram und und halt auch unten in den kommentaren ja ich werde es natürlich auch wieder verlinken facebook und instagram wie auch das letzte mal und ja ich glaube ich mal kurz also das war eigentlich nur ein kurzes video halt ja es wird wahrscheinlich heißen geburtstagsfeier plus ein paar infos das war es eigentlich bis zum nächsten mal und